An alle Arbeiter und Angestellten da draußen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer die sogenannte Hackler-Regelung abgeschafft und somit verhindert hat, dass fleißige Menschen nach 45 Jahren harter Arbeit abschlagsfrei in Pension gehen können? Es war die ÖVP, die Grünen und die Neos. Wisst ihr noch, wie man Menschen behandelt hat, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht gegen Corona impfen lassen wollten? Wie sie von ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos zum Menschen zweiter Klasse degradiert wurden? Wer hat die ORF-Zwangsgebühr namens Haushaltsabgabe eingeführt? Die ÖVP und die Grünen. Wer hat nichts gegen die steigende Inflation unternommen und dabei zugeschaut, wie immer mehr Menschen in Tirol an den Rand des Ruins getrieben wurden? Die ÖVP und die Grünen. Wer fördert permanent die Konzerne, die Banken und die Millionäre? Genau, die ÖVP. Und jetzt stellt ihr die Frage, wie es sein kann, dass diese ÖVP mit über 61 Prozent die absolute Mehrheit und somit 100 Prozent der Macht in der Tiroler Arbeiterkammer, also im Parlament der Arbeiter und Angestellten besitzt. Und jetzt stellt ihr die Frage, was du dagegen unternehmen kannst.